Insgesamt etwa 260 Kilometer fahren und dieser Ausflug dauert etwa 8 Stunden, so wir werden erst gegen 5 Uhr heute Nachmittag in Rekkevik eintreffen. Heute fahren wir durch die Stadt und werden an der Bushaltestelle in der Nähe ihrer Unterkunft anhalten. Und wir hatten zum Schluss auch in der Stadtmitte und am Busbahnhof. Unterwegs werde ich etwas von der Naturisland, der Geologie erzählen und Geografie.